Hallo alle! Seit Mittwoch habe ich Besuch hier. Der Tom und der Leon sind hier. Hi! Die schlafen auch hier. Sind ziemlich anstrengend manchmal. Vernehmen sich nicht immer. Aber im Moment kriegen wir es noch schön auf die Reihe, ne? Ja, wir haben nur ein Problem. Ich fühle mich so ein bisschen high, weil der Tom sich morgens nie die Zähne putzt. Und der Leon vergisst wirklich ein Schampo. Der hat wahrscheinlich eine Allergie wie ein Schampo. Was? Ja. Nein. Ich fühle mich echt, wenn ich hier mal zu genehm fühle ich mich ein bisschen high. Uh. Ne, uns geht es gut hier. Wie gesagt, die beiden streiten selten. Uns geht es gut. Mein W-Wert ist ein bisschen unten, deswegen schlafe ich auch immer so lange. Was heißt so lange? Man wird ja schon früh genug geweckt. Ich lebe ja auch bis 2 Uhr. Ja, ich werde ja schon früh genug geweckt vom Feier. Nein! Geht es dann morgens? Genau so. Da kann man ja nicht mehr schlafen. Und ähm, ja, gut. Jetzt machen wir noch was. Wer ist der Schönste? Ich! Ne, ihr seid... Guck ein Spiegel! Okay, wer ist der Schönste? Ne, den muss ich hoffen. Also, du hoffen. Und nochmal? Wer ist der Schönste? Ich! Okay, nochmal? Noch einmal. Wer ist der Dümmste? Du! Du! Ach, das klappt noch einmal. Das haben wir aber nicht abgesprochen. Gut. Ihr seht, sind sie nicht schöner wie ich. Und da sie eben frech waren zu mir, gehen sie auch jetzt gleich ins Bett. Nein! Seid gute Nacht! Ciao! Ciao! Gut gemacht! Gut gemacht! Ciao! Ciao!